Austin! Ellie? Tja, Austin und Ellies Beziehung... Es ist kompliziert. Sie haben eine ganz besondere Beziehung. Es ist verbirrend und manchmal auch merkwürdig. Ich und du? Das wär komisch. Das wär komisch. Aber ihre Freundschaft ist immer stark. Kumpel! Au! Austin und Ellie, die neuen Folgen im Disney Channel. Untertitelung des ZDF, 2020